Tyson Barke arbeitet für die Denkfabrik Aspen Institut Deutschland und mit ihm möchte ich jetzt nochmal auf den Wahlkampf schauen. Am 3. Februar, da sind die ersten Vorwahlen. Wer hat dann Ihrer Meinung nach im Moment die besten Chancen für die Demokraten? Es ist wirklich interessant. In Iowa ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen vier Kandidaten. Die haben alle jeweils Richtung 20 Prozent. Das ist ein ehemaliger Vizepräsident Joe Biden, Bernie Sanders, ein Favorit der Progressiven, Elizabeth Warren, auch ein Favorit der Progressiven und dieser ehemalige Bürgermeister, ein Moderater, schwuler Veteran, Pete Buttigieg. Alle sind in der Schwebe. Alle könnten in den ersten Platz kommen oder vierten Platz. Also wirklich in den ersten zwei Staaten ist es wirklich alles in der Schwebe noch. Später aber hat Biden schon mittlerweile die Unterstützung der Schwarzen mehr oder weniger konsolidiert. Und in der nächsten Runde, also nach Iowa und New Hampshire, kommt eine Reihe von Staaten im Süden. Und da sind die Mehrheit der demokratischen Wähler schwarz. Und dabei könnte man es schon erwarten, dass Biden schon einen Vorsprung hatte. Wir haben eben nochmal diesen Angriff von Sanders auf Warren gesehen. Wem von den beiden glauben Sie, schadet das denn mehr? Es ist ein bisschen zu früh, um zu sagen. Natürlich, das hat eine gewisse Residenz unter Frauen, weil die wollen und die breitere amerikanische Bevölkerung, vor allem die Demokraten, weil die wollen. Es letztendlich kommt, dass eine Frau die Präsidentin wird in den USA. Die Präsidentschaft hat in den USA eine wahnsinnig wichtige, symbolische Bedeutung. Und jeder sagt, sowohl Republikaner als auch Demokraten, dass es wird langsam Zeit. Und, aber die Frage hier ist, er sagt, er hat es nicht gesagt, sie sagt, er es schon gesagt hat. Und da ist ein bisschen, wer hat wirklich recht und wer nicht. Und das hat ein bisschen die Beziehung zwischen diesen beiden auf der progressiven Flügel der demokratischen Partei beschädigt. Aber hat das Sanders geschadet? Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen zu früh, um zu sagen. Also, der hat viel Unterstützung, vor allem von dem Squad. Das sind vier junge, am kommenden progressiven Demokraten, unter anderem Alexandria Ocasio-Cortez. Alle gute Frauen, die die Zukunft der Partei vertreten, wirklich. Und seine Basis ist relativ solid. Also, man hatte schon in den Umfragen in den letzten Monaten gesehen, obwohl Elizabeth Warren mal Frontrunner war und dann ist runtergegangen, ist die Basis für Sanders immer so stehen geblieben, wie es war. Also, wie gesagt, zu früh. Die US-Wahlen sind nicht das einzige Thema, was uns heute aus Washington umtreibt. US-Präsident Trump hat nämlich im Weißen Haus auf Chinas Vizepremier Louis He getroffen. Gemeinsam unterzeichneten sie ein erstes amerikanisch-chinesisches Teilhandelsabkommen. Ziel des Deals ist es vor allem, das Exportvolumen der USA Richtung Peking zu vergrößern. Trump lobte den Abschluss als historisch und kündigte an, bald selbst nach China zu reisen. Der Vertrag gilt als erster Baustein für ein weitreichendes Wirtschaftsabkommen, das den Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt beenden könnte. Tyson Barker vom Aspen-Institut. Ist das jetzt der große Durchbruch, den Trump sich erhofft hat? Ich glaube, es ist schon etwas Fortschrittliches. Und man kann es schon sagen, dass diese erste Phase ist die erste Schritt in eine Entspannung. Man kann auch politische Absichten dahinter sehen, weil wir kommen jetzt in, wie wir in den USA, haben eine relativ lange, heiße Phase der Präsidentschaftswahl. Und Trump will da drin gehen mit ein bisschen Luft. Und für seine Stammwähler, vor allem auf dem Land, landliche Bauer zum Beispiel, die haben wirklich unter diesem Handelsstreit mit China gelitten. Und das ist das erste Indiz hier, die Tatsache, dass dieses Teilsabkommen beschlossen wurde. Aber der wichtigste, also die Zölle sind ja noch nicht besprochen da. Die Zölle sind noch nicht besprochen, aber wir haben schon, der hat schon gesagt, dass er minimiert, 150 Milliarden Zölle, die China hätte zahlen sollen, würden nicht da zustande kommen. Und man kann es auch erwarten in China, was eine Staatswirtschaft ist, Staatsbetrieben, dass vielleicht mehr Ankäufe an zum Beispiel Säuer oder Mais zustande kommen könnte. Und das könnte die Situation auf dem Land erleichtern. Tyson Barker, vielen Dank für die Einschätzungen. Bitte.